mein liebstes fortbewegungsmittel mein liebstes fortbewegungsmittel ist die bahn mein erstes auto war ein mein erstes auto war ein golf ein auto ohne lenkrad ist für mich ein auto ohne lenkrad klingt für mich irgendwie noch surreal obwohl es das ja gibt ich verbinde damit hoffnung habe davor aber unglaublichen respekt mit elon musk würde ich mit elon musk würde ich gerne darüber sprechen wie man sein reichtum besser verteilen kann die größte entfernung die ich je zurückgelegt habe war eine reise im rahmen der bundesratspräsidentschaft nach australien auf den mond schießen würde ich alle nazis alle hater alle spalter all jene die meinen dass leute wie ich nicht in dieses land gehören bevor ich sterbe möchte ich meinen sohn der gerade 14 monate alt ist sehen wie er glücklich verheiratet ist kinder hat und sich nicht immer hinterfragen muss in bezug auf seine herkunft oder seine religion turi 2 edition inspiration für meinungsmacherinnen